Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, der Episode Nummer 18 beim Podcast für Bergsteigerinnen und Bergsteiger. Und heute habe ich euch News mitgebracht, ihr werdet es wahrscheinlich schon gehört haben, also die Österreicher unter meinen Zuhörern werden es definitiv schon gehört haben. Die deutschen Zuhörer und Schweizer Zuhörer, weiß ich nicht so ganz, kann schon sein, dass das auch so ein bisschen über die Grenze gekommen ist, diese News. Denn Österreich sperrt einiges auf, in Österreich verändert sich einiges mit dem 19. Mai. Und ich dachte, das ist ein wichtiges Thema für alle Leute, die dieses Jahr in den Alpen Urlaub machen wollen, die in den Alpen Bergsteigen und coole Bergprojekte vorhaben. Das ist wichtig zu wissen, am 19. Mai gibt es große Erholung vom Lockdown vorerst, muss man ehrlicherweise sagen. Es kann sich natürlich noch viel ändern, denn Fakt ist, wie die Vergangenheit gezeigt hat, viele Dinge bleiben nicht immer so langfristig, wie jetzt zum Beispiel die Zeit von heute bis zum 19. Mai. Wie man sich das gerne wünscht und so stabil, wie man sich das gerne wünscht, deswegen befürchte ich, dass es vielleicht noch die ein oder andere Einschränkung bis zu diesem Zeitpunkt geben kann. Bis zum 19. Mai ist ja auch noch relativ viel Zeit. Wir sprechen hier immerhin von fast einem ganzen Monat. Gut, der 19. Mai steht also fest als Öffnungstermin und zwar für Gastronomie, für den Tourismus, für die Kultur, für die Kunst und so weiter. Das bedeutet im Prinzip, alles macht wieder auf. Es gibt für das ganze Spektakel ein paar Regeln, die festgelegt wurden. Ich möchte diese Regeln auch gar nicht bewerten. Ich möchte sie euch nur kurz erzählen, damit ihr am neuesten Stand seid, zumindest so neu, wie es eben zum Zeitpunkt der Bekanntgabe geht. Es handelt sich bei den Regeln um Eintrittstests. Das bedeutet, man braucht im Prinzip für alles, was man ab 19. Mai tun darf, einen Test. Ausgenommen sind natürlich so die Grundversorgung, aber im Tourismusbereich und für alles, was bergsteigerisch relevant ist, braucht man einen sogenannten grünen Pass beziehungsweise einen dementsprechenden Nachweis, dass man entweder getestet oder genesen oder geimpft ist. Diese drei Dinge zählen für einen. Wie man das jetzt finden mag? Ja, naja, ist halt einfach so. Ob man das jetzt geil findet, dass Leute, die nicht mal geimpft werden können, sich ständig testen lassen müssen oder nicht. So ist es jetzt einfach. Es macht einfach auch am meisten Sinn. So können wir vielleicht trotz der Öffnung ein bisschen eine Kontrolle bewahren. Der Tourismus ist definitiv nicht nur erlaubt, sondern, so wie ich das mitbekommen habe, natürlich auch erwünscht. Österreich ist eine Tourismusnation. Wir leben im Prinzip fast zur Gänze nur davon, wenn man jetzt alle Leute, die da dranhängen, mit einbezieht vom Tourismus. Und insofern, ja, das bedeutet für alle deutschen Bergsteiger, für alle Schweizer Bergsteiger, für alle italienischen Bergsteiger, alle dürfen wieder kommen und alle sollen wieder kommen. Und das ist gar nicht so uncool. Denn schließlich können jetzt dann die Bergführer wieder anfangen zu arbeiten und machen dementsprechend auch wieder ordentlichen Umsatz. Die Hotellerie kann wieder öffnen und so weiter. Also die Wirtschaft wird sich in Österreich gerade definitiv freuen. Wir sollten aber vielleicht diesen Moment der Freude auch für irgendwas Produktives nutzen. Wir hatten jetzt im Prinzip einen ganzen Winter lang kein Österreich, unter Anführungszeichen. Vor allen Dingen natürlich trifft das jetzt alle Leute, die außerhalb von Österreich wohnen und leben, so einfach nach Österreich kommen und Skifahren und Urlaub machen und Bergsteigen und Skitouren gehen. Das war einfach nicht drin. Es haben leider trotzdem sehr, sehr viele gemacht, die sich eben nicht an die Regeln gehalten haben. Es gab viele Deutsche, es gab viele Italiener und es gab viele Schweizer, die hier unterwegs waren und Skifahren waren. Es war natürlich illegal, das weiß auch jeder. Ich kann so ein Verhalten absolut nicht gut heißen. Ich muss da sagen, ja Solidarität ist für diese Leute dann eben nicht so viel wert. Das sind auch Menschen, wenn ich wüsste, dass man sowas gerne macht, da brauche ich mit denen auch gar nichts zu tun haben. Gut, jedenfalls jetzt ändert sich das Ganze aber und jetzt muss man natürlich darüber reden, wie geht es jetzt weiter. Mitte Mai startet das Ganze und natürlich auch der Alpenverein freut sich hier, weil der will ja seine Kurse durchbringen und auch die ganzen Privatkursanbieter, die wollen natürlich auch wieder Umsatz machen. Und Ende Mai startet im Prinzip die Early Bird Hochtourensaison und genau die wollen auch die Alpinien Vereine und die Unternehmen, die Kurse anbieten, inklusive aller Bergführer, die da dran hängen, natürlich ausnutzen. Wenn ihr schon was gebucht habt für den Sommer in Österreich, dann ist das natürlich sehr, sehr cool. Dann seid ihr ein großes Risiko eingegangen und habt in dem Fall auch seid ganz gut ausgestiegen. Wenn ihr keine tollen Pläne bis jetzt habt, dann solltet ihr euch relativ bald darüber Gedanken machen. Ich kann davon ausgehen oder ich gehe davon aus, dass die meisten Leute sich jetzt in die Buchungsplattformen stürzen werden und nach Hütten und nach Hotels suchen werden, um ihren Bergurlaub 2021 wieder in den Bergen zu verbringen. Mehr denn je, das ist definitiv ganz sicher. Das sagen alle Leute, die da dementsprechende Prognosen erstellen, dementsprechende Ökonomen. Die versuchen das natürlich auch immer ein bisschen zu modellieren. Und wir wissen auch aus der Erfahrung und aus der Statistik des letzten Jahres, trotz Corona, das war das stärkste Bergjahr. Zumindest was den Sommer natürlich betrifft. Im Winter ist das was anderes. Die Frage ist jetzt natürlich, ja, was machen wir denn dieses Jahr? In Anbetracht dessen, dass die Nächtigungszahlen und dass die Buchungen wahrscheinlich explodieren werden und dementsprechend so ein großer Zustrom auf die Alpen sein wird, wie eben noch nie oder zumindest so wie letztes Jahr wahrscheinlich, naja, da muss man sich jetzt schon gut überlegen, ob man tatsächlich die Modeberge, da ging es ja letzte Woche drum, besuchen möchte oder ob man sich nicht vielleicht doch das ein oder andere einsamere Örtchen sucht, aus dem man heraus dann vielleicht ein paar nette Touren macht. Und klar, hier ist es auf jeden Fall so, wir sollten uns nicht unbedingt für die Touristen-Hotspots all entscheiden, denn die werden uns definitiv nur frustriert zurücklassen, wenn es darum geht, ob wir besinnliche Berglandschaft erleben können oder nicht. Damit komme ich auch gleich zu meinem nächsten Thema, denn das habe ich heute eigentlich mitgebracht, die ich heute eigentlich etwas schwadronieren, aber ich dachte, gleich zu Beginn haue ich euch hier mal die Good News raus, damit ihr auch Bescheid wisst und euch jetzt überlegen könnt, was ihr diesen Sommer in den Alpen so umsetzen wollt. Jetzt ist es zumindest sicher, dass das möglich sein wird. Die Episode des heutigen Podcasts heißt Seilbahnen, denn, ja, die Seilbahnen, die beschäftigen mich jetzt eigentlich, seitdem ich in Innsbruck meinen Hauptwohnsitz habe, quasi eigentlich schon immer. Alleine fünf Minuten, fünf Autominuten von meinem Wohnort entfernt starten zwei Seilbahnen los. Und das ist natürlich etwas, ja, da kann man mal drüber nachdenken. Alleine im Umkreis von 50 Kilometern gibt es von mir aus mehr Seilbahnen, als ich zählen kann. Es ist schon eine interessante Thematik, mit der man sich auseinandersetzen sollte, vor allen Dingen in Anbetracht dessen, was letztes Jahr im Frühjahr da so passiert ist. Viele Medien haben sich damit beschäftigt, inwiefern das Bundesland Tirol und die Seilbahnen denn mit dafür verantwortlich sind, dass wir in einer Corona-Krise enden mussten, als Bundesland, aber natürlich als die ganze Welt. Und da gab es immer zwei medial sehr polarisierende Ansichten, nämlich einerseits die Ansicht, dass Tirol mit Schuld daran ist, oder Hauptschuld daran trägt, dass die Welt das Coronavirus hat, wie es es nun mal hat. Das wird in manchen Medien so formuliert, dass wenn in Tirol nicht manche Leute mit dem Coronavirus ausgereist wären, dann gäbe es auf der ganzen Welt überhaupt kein Corona-Problem. Das war die eine extreme Ansicht und die andere extreme Ansicht war, dass Tirol alles richtig gemacht hat, wie der Landessanitätsdirektor sagen würde. Ich meine, das war der Landessanitätsdirektor, der Tilg, der in diesem absolut genialen Interview gesagt hat, wir haben alles richtig gemacht und das Ganze zwölfmal in wenigen Minuten. Also das ist die andere Extremansicht, dass man sagt, Tirol trägt da überhaupt keine Verantwortung. Die Wahrheit, ja, die liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Die Wahrheit wird sagen, viele Infektionen gingen aus Ischgl damals aus, viele Infektionen gingen aus Tirol aus. Und ja, das ist natürlich ein Image-Schaden für Tirol gewesen. Und zu Recht, also hier wurden definitiv viele Fehler gemacht und hier wurde ziemlich viel Schindluder betrieben. Und ja, genug Schindluder, sagen wir es mal so, dass auch die Staatsanwaltschaft hier gegen diverse Leute, die davon betroffen sind, vorgeht. Und es gibt auch, glaube ich, immer noch aktuell eine Sammelklage von allen Leuten, die hier dementsprechenden Schaden erleiden mussten durch die rücksichtslose Vorgehensweise des Land Tirols beziehungsweise der Stadt Ischgl. Aber interessanterweise ist das alles eigentlich nur ein Symptom. Also Ischgl, dieses ganze Corona-Thema über die Seilbahnen, das ist alles ein ganz, ganz kleiner Fisch, ein kleines Symptom, wenn wir über Seilbahnen sprechen. Denn das Einzige, was uns Corona und Ischgl und dieses ganze Drumherum gezeigt hat, ist eigentlich, wie unfassbar mächtig die Seilbahnlobby in Österreich ist. Die Seilbahnlobby ist in Österreich, ja, wie kann man sich das vorstellen, ungefähr so mächtig wie, ja, wobei, nein, eigentlich ist sie deutlich mächtiger als die Autoindustrie in Deutschland. Die Seilbahnlobby kann Gesetze schreiben, die Seilbahnlobby kann auch Gesetze umschreiben und die Seilbahnlobby kann auch bestimmen, wie, wann, welche Verordnungen für wen in Kraft treten. Die Seilbahnlobby kann für sich selbst bestimmen, wann irgendetwas politisch umgesetzt wird und wann nicht. Die Seilbahnlobby bestimmt im Prinzip ihren eigenen Werdegang in diesem Land. Es ist quasi so eine kleine Extrawurst in der politischen Atmosphäre Österreichs. Das bedeutet, wenn wir über die Seilbahn und über die Seilbahnlobby sprechen, dann sprechen wir auch davon, dass alles im Prinzip denen untergeordnet werden kann, wenn es denn notwendig ist. Und ja, auch Menschen sind schon, Journalisten sind schon verschwunden, die gegenüber der Seilbahn kritisch berichtet haben und so weiter. Da gibt es die verrücktesten Storys diesbezüglich. Natürlich geht hier überall die Unschuldsvermutung und ich sage nicht, dass ein Seilbahnunternehmen dafür verantwortlich ist oder so, aber es ist schon, sagen wir, es ist schon relativ bezeichnet, wenn Journalisten, die gegenüber gewissen brisanten Projekten recherchieren, dann einfach plötzlich einen Schlaganfall haben und dann tot sind. Ganz zufällig plötzlich in sportlich jungen Jahren. Naja, mehr braucht man dazu im Prinzip auch nicht sagen. Aber interessant ist doch eigentlich die, wenn man jetzt mal von der Macht und den Möglichkeiten, die die Seilbahnlobby in Österreich hat, absieht und zu einer bergsteigerischen, ja, zu einer bergsteigerischen Perspektive umswitcht. Dann ist es natürlich interessant darüber nachzudenken, was Seilbahnen mit dem Bild der Alpen irgendwo auch machen. Und da würde ich sagen, schlagen wir jetzt mal einen etwas ruhigeren Ton an. Denn, naja, Fakt ist, die Seilbahnen prägen unser Alpenbild nachhaltig. Nicht nur die Lobby dahinter, sondern auch wenn sie dann mal stehen, dann muss man sich schon fragen, ist das jetzt hier eigentlich eine gute Idee oder ist das notwendig? Und vor allen Dingen, wer will die Seilbahn? Das ist immer so eine Frage, beziehungsweise auch etwas die bekannte Henne-Ei-Problematik. Wer hat denn angefangen, nach der Seilbahn zu schreien? Oder kam zuerst die Seilbahn und dann erst nachher wurde der Zustrom darauf größer? Das kann man heute auch gar nicht mehr so richtig sagen. Und in Wirklichkeit kann man auch nicht sagen, wenn man jetzt die Seilbahnen in Österreich überall abbauen würde, das ist ein lustiges Gedankenexperiment, was dann passieren würde. Also, ob dann einfach, ja, ob dann die Leute mehr wandern gehen würden oder ob es einfach überhaupt niemandem auffallen würde, wenn es keine Seilbahnen mehr gibt. Und natürlich müssen wir hier auch in gewisser Weise eine Unterscheidung vornehmen zwischen den Seilbahnen, die für den Winterbetrieb, für den Skibetrieb gemacht werden und den Seilbahnen, die auch im Sommer funktionieren. Denn Fakt ist, dass es mittlerweile immer mehr Seilbahnen, und das lässt sich auch ganz gut nachrecherchieren, gibt, die auch im Sommer arbeiten und dementsprechend Leute nach oben befördern und auch wieder runter. Und die Frage ist natürlich, ist das notwendig oder ist das einfach nur, ist das einfach Einnahmenmaximierung und Umsatzmaximierung seitens der Unternehmen? Also natürlich ist es auf der einen Seite, wittern da die Leute, die dahinter stehen, die Chance, noch mehr Geld zu verdienen. Sind natürlich alles sehr, sehr geldgierige Menschen, die da dahinter stehen. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Denn die wittern das da natürlich. Aber auf der anderen Seite wird das Angebot natürlich auch genutzt. Also könnte man sich doch fragen, ob das nicht die einzig richtige Antwort auf die Frage nach dem Bedarf der Seilbahnen ist. Die Leute wollen ja rauf. Aber vielleicht wird auch gar keinem irgendwas abgehen, wenn es keine Seilbahn gäbe. Also keine Sommerseilbahn, meine ich. Und mich erinnert das immer so ein bisschen an Ostösterreich, da gibt es diverse Lifte, die fahren tatsächlich nur im Winter und nur bei Schneelage und sonst sind sie eben zu. Und es arbeitet dort einfach auch keiner und ja, das ist halt einfach alles. Und das Spannende an diesen Regionen ist, dass die Skilifte trotzdem funktionieren und dass die Skilifte trotzdem betrieben werden können. Und noch keiner auf die Idee gekommen ist, den Sommerbetrieb jetzt zu eröffnen, weil so viele Touristen gerne jetzt auch im Sommer rauf wollen. Und trotzdem sind diese Berge sehr, sehr gut besucht und sehr viele Leute sind da oben unterwegs und gehen eben wandern. Man kann also sagen, eigentlich bräuchten wir die Seilbahnen im Sommer gar nicht. Ja gut, aber jetzt stehen sie ja schon da. Das heißt, wir können sie auch in Betrieb nehmen. Weil ob die Seilbahn jetzt fährt oder nicht, ist eigentlich egal. Sie hat dem Landschaftsbild ohnehin schon nachhaltig geschadet. Und dass sie dem Landschaftsbild nachhaltig schadet, das ist offensichtlich. Und dann gibt es Leute, die sagen, naja, nur weil da jetzt so ein Seil durchläuft und da jetzt halt so eine kleine Seilbahn oder so verläuft, ist ja jetzt nicht so tragisch. Es verändert sich ja nicht so viel. Aber das stimmt nicht. Die Leute müssen einfach nur die Bilder vergleichen von der Prä-Seilbahnzeit quasi mit der heutigen Zeit und werden sehen, einfach nur ein Stahlseil über den Berg gespannt. Das ist es nicht. Sondern es wird eben auch sehr viel Wald abgeholzt. Und es wird sehr viel Infrastruktur drumherum gebaut. Und es bleibt ja in der Regel auch nicht dabei. Denn wenn eine Seilbahn nach oben fährt, dann muss da oben auch irgendwas sein. Also zumindest eine Bergstation, wo die Seilbahn endet logischerweise. Aber vor allem, und das finde ich eben am problematischsten, es wird dann da oben natürlich auch nochmal probiert mit dem Tourismus. Denn ganz ehrlich, im Sommer nutzen sehr viele Touristen das Angebot der Seilbahnen. Es wird natürlich versucht, mit dem Tourismus da oben dann nochmal mehr Geld zu verdienen. Das bedeutet, die Seilbahn ist das geringste Übeln. Das stimmt schon. Aber sie ist eben nicht das Einzige. Es gibt noch ganz viele Umstände drumherum, die hier meiner Meinung nach höchst problematisch sind. Und da fangen wir an, bei so kleinen Dingen, wie zum Beispiel der Bergstation, aber auch größeren, wie einem Gipfelrestaurant dann, oder noch größeren, dann gepflasterte und zu betonierte Wege oben zum Gipfelkreuz zum Beispiel. Und das alles gibt es hier in Tirol. Ich habe davon Fotos, ich habe sie selbst gesehen, ich sehe sie ständig im Alltag, immer wieder diese Phänomene. Und ich finde das traurig. Und das Problem ist, dass in diese Infrastruktur auch immer mehr Geld investiert wird. Und da sehe ich tatsächlich einen der kritischsten Punkte. Wir sind in Österreich scheinbar vollkommen unbelehrbar. Denn alles muss immer größer werden, alles muss immer weiter wachsen. Und zwischen dem Ötztal und dem Piztal werden notfalls auch ganze Berge abgetragen, nur um irgendwelche Skigebiete zu verbinden, nur um irgendwelche Ziehwege zu verbreitern und so weiter. Das alles hat natürlich System und das alles ist der Geldgier der Menschen geschuldet. Aber wir sind als Konsumenten hauptverantwortlich dafür, dass es diese Gier gibt. Und in Ischgl zum Beispiel hat man über die letzten Jahre erkannt, dass man mit Skifahrern nur noch bedingt Geld verdienen kann. Ja, man kann die Skipässe immer teurer machen, aber in der Regel ist es so, wenn die Seilbahn voll ist, ist die Seilbahn voll. Und wenn die Seilbahn nicht ganz gefüllt ist, dann ist es ein großes Minusgeschäft für die Industrie. Man kann auch beobachten, dass das Ganze natürlich vollkommen auf den Tourismus ausgelegt ist, wenn man sich zum Beispiel die Zahlen ansieht. Über anderthalb Milliarden Euro hat die Seilbahnindustrie 2017-18 müsste das gewesen sein. Nein, 18-19 umgesetzt. Und im Corona-Jahr war es dann schon etwas weniger. Ich glaube nur noch eine Milliarde. Und jetzt in dem Winter, in dem nur noch die Einheimischen die Erlaubnis hatten, die Skilifte zu verwenden und trotzdem noch immer viele Touristen eben illegal hier waren. In dieser Zeit war es dann so, dass die Einnahmen komplett eingebrochen sind und wir nur noch von Millionen und nicht mehr Milliardenbeträgen sprechen. Das bedeutet, ja, es ist alles auf den Tourismus ausgelegt. Seilbahnen funktionieren nicht ohne Tourismus. Früher war das aber anders. Seilbahnen haben früher auch ohne den Tourismus gelebt, sondern mit den Tatsachen oder mit den Einheimischen, die eben Ski fahren wollten im Winter. Und das ist eben die klassische Entwicklung und die logische Folge von diesem immer mehr, mehr, mehr. Aber ist es nicht ein Paradox, dass wenn wir wissen, dass wir eigentlich von einer einzigen Ressource, also den Touristen abhängig sind, dass wir dann immer noch mehr brauchen und immer noch mehr, mehr, mehr und immer mehr Geld auf eine Karte setzen. Diese Karte, die ist sehr, sehr fragil, wie man jetzt eben in den letzten 15 Monaten erleben konnte. Dementsprechend frage ich mich auch persönlich, wie intelligent eine solche Entwicklung ist, dass man immer mehr Seilbahnen braucht. Deswegen hoffe ich, dass viele Leute auch in ihrem Urlaub darüber nachdenken, keine Seilbahnen zu verwenden. Denn das Verwenden der Seilbahn ist eine Bestätigung, dass man so weitermachen sollte. Und ich verstehe den positiven Aspekt und den Nutzen hinter Seilbahnen. Aber Fakt ist und bleibt, wenn ich eine Seilbahn verwende, dann fördere ich damit die Errichtung einer neuen Seilbahn. Wir sprechen schon lange nicht mehr über die Erhaltung der Infrastruktur. Alleine mit den Fördermitteln, die in Österreich zur Verfügung gestellt werden, würde sich die Erhaltung schon rentieren. Das muss man sich mal vorstellen. Diese Betriebe erhalten sich allein durch den Staat am Leben. Und das ganz ohne Corona. Das ist ganz wichtig. Und jetzt muss man aber noch dazu sagen, dass jetzt nochmal die ganzen Einnahmen und so drauf kommen. Und nicht zu Unrecht ist Tirol ein so reiches Bundesland. Denn es gibt einfach so viele Leute, die da in der Seilbahnlobby hocken und eben Tiroler sind und dementsprechend Geld verdienen. Das bedeutet, wir fördern als Touristen oder als Bergsteiger, die vielleicht auch die Seilbahn im Sommer nutzen, definitiv ein System, das absolut auf Nachhaltigkeit eben nicht setzt und eigentlich nur auf Gewinnmaximierung und auf Industrie. Und in einem Beitrag hat ein österreichischer Seilbahnbetreiber, ein ganz, ganz berühmter, einmal gesagt, Seilbahn, Seilbahn, Seilbahn. Das war das einzige Thema, um das es in seiner Familie jemals am Esstisch ging. Und genau mit solchen Leuten haben wir es im Prinzip hier ausschließlich zu tun. Und ich frage mich, ob das eigentlich eine gute Idee ist, wenn wir solchen Leuten ständig hinterherlaufen mit unserem Geld und ihnen das Geld in den Rachen stopfen. Jetzt ist das natürlich auch eine Sache des Sommers. Also der Sommer, der bietet eben die Möglichkeit zu sagen, nein, ich lasse die Seilbahn weg, ich gehe einfach zu Fuß rauf. Das haben wir selbst sehr gut in der Hand, dass wir das einfach ablehnen und dafür eine eigene Entscheidung treffen. Das Problem ist aber, wie gesagt, oben begegnet uns dann auch dementsprechend die Infrastruktur, die damit einhergeht. Das bedeutet, wir sollten uns vielleicht Gedanken machen, ob wir uns von diesen Bergen nicht sowieso vollständig verabschieden sollten, denn diese Berge sind aus alpinistischer Sicht uninteressant geworden. Sie sind verloren gegangen. Wir haben sie an eine Lobby und an eine Industrie verloren. Ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Mir persönlich gefällt es nicht. Und übrigens, ich möchte Touristen und Bergsteiger nicht gleichsetzen. Ein Tourist ist für mich jemand, der den leichtesten Weg zum Ziel sucht und im Prinzip nur für ein Foto darauf will. Ein Bergsteiger ist für mich jemand, der das Erlebnis sucht. Jemand, der mit einer Seilbahn irgendwo rauf fährt, der sucht kein Erlebnis, der sucht Bestätigung, aber definitiv nichts, was man als Bergsteiger sucht. Nun kommen wir jetzt aber noch zum Winter, weil das ist nochmal ein ganz eigenes Phänomen und ich bin froh, dass es diesen Skitouren-Boom gibt. Ich habe auch damals schon vor einigen Monaten mal darüber gesprochen, dass die Skitouren immer beliebter werden und dass das natürlich einfach Fakt ist und dass man das gar nicht bewerten braucht und gut oder schlecht finden muss. Es passiert einfach. Aber vielleicht hat es ja einen ganz, ganz großen Vorteil. Ich würde mich freuen, wenn dieses Jahr im Winter, wenn der Wintertourismus wieder anfangen kann, weil vielleicht genug Menschen geimpft, getestet oder wie auch immer sind, dass die Zahlen vielleicht nicht unbedingt einstürzen, weil eben viele Arbeitsplätze dran hängen, die wirklich davon leben und nicht nur sich daran bereichern, aber zumindest so weit einbrechen, dass ein klares Zeichen für nachhaltigen Tourismus und für eine nachhaltige, sportliche Betätigung stehen und nicht für die Dinge, die man eigentlich nicht unbedingt braucht, wie zum Beispiel einen Wintertourismus mit Seilbahnen. Es reichen die Skitouren auch, tatsächlich. Aber natürlich, es ist ein altes Phänomen. In Österreich sind Seilbahnen fast schon ein Kulturgut. Sie sind Bestandteil des Tourismus und die einfach so abzuschaffen, das kann sich natürlich kein Mensch vorstellen. Und ich gebe gerne zu, ich nutze für das Skitraining und Techniktraining auch gerne hin und wieder eine Seilbahn, weil mit einer Skitour kann ich meine Skitechnik nicht verbessern und ich bin kein sehr, sehr grandioser Skifahrer und ich muss es aber immer wieder mal üben und trainieren, damit ich auf den Skitouren dann dementsprechend auch sicher unterwegs bin. So einfach ist das. Das bedeutet, die Seilbahn, die ist auch für mich ein, wenn auch minimaler, aber definitiv auch ein Bestandteil des alltäglichen Lebens. Ich nutze sie zwar nicht häufig, aber ich nutze sie. Also ich bin, ja, ich bin auch ein kleiner Teil des Problems, aber wie wir gerade festgestellt haben oder wie ich gerade gesagt habe, der Tourismus ist die große Cash-Cow und wir sind, wir Einheimischen sind bei den Skibetrieben ein ganz, 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 ganz kleiner Fisch, wie ich auch dieses Jahr festgestellt habe. Die Skipisten sind vollkommen leer, wenn man das vergleichen möchte mit den Skipisten aus einer Standard-Touristensaison wie 2018, 2019 zum Beispiel, wo das Ganze den üblichen Verlauf genommen hat. Und ehrlich gesagt, ich kann mir heute gar nicht vorstellen, dass all diese Touristen wieder in die Wintersportregion zurückkehren, denn dann ist es wieder voll und ungut und dann wird man mich auch in den Skigebieten nicht mehr sehen, denn ehrlich gesagt war heuer das erste Jahr in meinem Leben, in dem ich Skifahren gegangen bin und das ohne Bauchschmerzen und ohne das Gefühl, dass ich alles scheiße finde. Denn mit 70, 80 Personen in einer Massengondel zu stehen, das ist nichts, was ich mache und dementsprechend haben es die Skigebiete auch immer sehr gut geschafft, dass ich mich fernhalte von diesen Gebieten. Und ich finde, das ist aber auch eine abstoßende und vollkommen ekelhafte Art, mit den Einheimischen umzugehen, wenn man in der eigenen Heimat vom Tourismus erschlagen wird, weil der Tourismus einfach mehr Geld bringt als die Einheimischen. Und es gibt so etwas wie nachhaltigen Tourismus. Es gibt auch Städte, die sich dafür einsetzen, dass Tourismus nicht das A und O des Lebens der Einheimischen ist. Und es hat natürlich auch damals einen Gipfel gefunden, dieses Thema, als in Hallstatt zum Beispiel busseweise Leute angekarrt worden sind und die Leute gesagt haben, sie können in ihrer Innenstadt, in ihrer eigenen Stadt nicht mehr vernünftig leben, weil es sind einfach viel zu viele Menschen. Also das ist ein Thema, wir müssen uns in Zukunft darüber Gedanken machen, wie wir in Österreich Tourismus handeln wollen. Aber ich sage es jetzt ehrlich und das ist meine persönliche Meinung, für einen nachhaltigen Tourismus haben wir hier aktuell die falschen politischen Entscheidungen, denn aktuell geht alles in die Richtung mehr, mehr, mehr und wir müssen alles noch schneller aufsperren. Und ja, auch ich freue mich natürlich, dass die Leute wieder kommen dürfen und dass ich wieder viele Leute hier sehen kann aus unterschiedlichsten Regionen, mit denen man lustige Gespräche führen kann und lustige Touren unternehmen kann. Und besonders freut es mich natürlich auch, wenn ich mit Leuten aus meiner Community, die oft auch aus Deutschland kommen, Touren unternehmen kann. Und darauf freue ich mich ganz besonders. Aber wir sind eben Bergsteiger und keine Touristen und ich finde, da gehört ein großer Satzzeichen dahinter gestellt, denn das ist ein Unterschied, ob man eben hierher kommt, um irgendwo aus einem vollen Touristenbus auszusteigen, ein paar Fotos zu machen und wieder einzusteigen und dann zu einer Seilbahn zu fahren, mit der Seilbahn hochzufahren, dort oben ein paar Fotos zu machen und dann wieder zu fahren. Oder ob man tatsächlich kommt, um die Natur, um die Kultur und um die Faszination der Alpen zu verstehen und dafür auch viele mühsame Schritte in Kauf nimmt und viele weite Wege auf sich nimmt innerhalb der Alpen, um dieses Erlebnis eben zu haben. Das macht für mich einen großen Unterschied, denn die erstere Gruppe, die brauche ich persönlich als Einheimischer ehrlich gesagt nicht. Ich bin jemand, ich bevorzuge lieber die zweite Gruppe, die sich hier mit den Alpen auch tatsächlich auseinandersetzen will und die Alpen nicht einfach als ein Abziehbild sieht, dass man irgendwo hinkleben kann und das ist einfach respektlos auch gegenüber der Natur hier und das sollte einfach nachhaltiger gestaltet werden und es sollte hier Höchstgrenzen geben und es sollte hier Maßregelungen geben und es sollte definitiv viel mehr dafür getan werden, dass wir nicht so eine perverse Touristenregion sind, denn das ist das Image, das wir in die Welt verbreiten, weil das hat unter anderem auch Ischgl gezeigt. Wir machen alles für den Tourismus und für den letzten Schluck Jägermeister würden wir einen Einheimischen opfern und genau das ist das, was mich so stört. Wir sollten vielleicht auch wieder anfangen, die Einheimischen zu respektieren. Ja, es hängen Arbeitsplätze dran, aber es würden nicht so viele Arbeitsplätze verloren gehen, wenn wir diese ganze Thematik hinter Seilbahnen und hinter der Infrastruktur in den Bergen einfach ein bisschen reduzieren würden, denn bei der Seilbahn müssten immer noch die Leute arbeiten, die aber eben nicht mehr 1000 Leute in der Stunde transportieren, sondern vielleicht nur noch 100 Leute die Stunde transportieren. Und das macht es, glaube ich, letztlich auch aus, wo man sagt, na gut, dann rentiert sich aber das Bergrestaurant oben an der Bergstation nicht. Und das sind aber dann die Schritte, die meiner Meinung nach notwendig sind, um eine Bergwelt auch wieder so zu machen, dass sie lebenswert für die Einheimischen, aber auch für die Bergsteiger, die aus der ganzen Welt kommen und dementsprechend diese Aussicht genießen wollen, notwendig ist. Und dementsprechend bin ich auch nicht der Meinung, dass Seilbahnen abgerissen gehören. Ich bin auch nicht der Meinung, dass Seilbahnen in irgendeiner Weise jetzt beschädigt werden müssen von irgendwelchen Aktivisten und Umweltschützern. Ja, die Seilbahnen sind eine Umweltkatastrophe und die Skigebiete sind eine noch viel größere Umweltkatastrophe. Und je tiefer wir diese Skigebiete bauen, desto größer ist die Umweltkatastrophe, denn desto mehr Ressourcen brauchen wir, um diese Pisten am Leben zu erhalten in der Wintersaison. Aber ganz ehrlich, nochmal neue Pisten zu bauen, nochmal neue Seilbahnen einzurichten, ganze Berge abzutragen, nur um irgendwelche Gletscherverbindungen in Gange zu bringen. Das ist eine Perversion, die einfach jegliches Ausmaß verloren hat. Und ich sehe das Ganze, das funktioniert in der Schweiz genauso. Wir sind in der Schweiz mit dem genau gleichen Problem hier konfrontiert. Also ihr, liebe Grüße an alle Schweizer, ihr habt genau den gleichen Vogel wie wir. Das muss ich jetzt einfach mal so hart sagen. Wir haben, wir sind quasi ein Problemfaktor, ein gemeinsames Problem im Prinzip. Wir stellen Tourismus über alles. Und nochmal, Tourismus und Bergsteigen ist nicht das Gleiche. Und vielleicht sollte man darüber auch mal eine Episode im Alpkast machen, in der ich vielleicht ein bisschen darauf eingehe, was der große Unterschied zwischen Tourismus und Bergsteigen ist. Und Bergsteigern, die aus einer anderen Region kommen. Denn für mich persönlich sind das einfach keine Touristen. Auch Wandertouristen sind nochmal etwas ganz was anderes. Und ich möchte auch nicht Bashing betreiben. Ich möchte nicht sagen, dass jemand, der die Seilbahn verwendet, wie gesagt, ich verwende sie auch. Im Winter mal für ein Techniktraining zum Skifahren verwende ich auch eine Seilbahn, um vielleicht irgendwo auch die Kraft zu sparen, dass ich dann nochmal raufgehen kann oder so. Also ich nutze die Infrastruktur auch. Und ich sage ja, habe es ja gerade betont, die Infrastruktur soll ja nicht zerstört oder abgebaut werden. Aber der Ausbau und dieses mehr, 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 das, das muss aufhören. Das muss ganz, ganz dringend aufhören. Und ich, deswegen möchte ich auch sagen, ich verurteile niemanden, der hier Seilbahnen verwendet, wenn er hier beim Bergsteigen Urlaub macht, aber dann verwendet bitte die Berge, die Seilbahnen nicht dafür, um einen Gipfel zu erreichen. Denn ich finde, das ist, das hat irgendwie etwas ganz was Ekelhaftes, wenn man es heute nicht mal mehr schafft, den Gipfel eines Berges, wenn man gesund, wenn man natürlich gesund und bei bester Verfassung ist, nicht selbstständig zu erreichen, sondern eine Seilbahn zu verwenden. Dann seid ihr, aber ehrlich gesagt, in meinen Augen, wenn ihr das macht, auch keine Bergsteiger. Dann seid ihr eben auch Touristen. Denn dann habt ihr nicht das Bergsteigen als den Sinn hinter eurem Tun, sondern die Seilbahn. Und ich finde, das macht eben auch irgendwo den Unterschied aus. Und ich weiß, das ist ein sehr, sehr kritisches Thema und ein sehr strittiges Thema. Und ich möchte euch herzlich dazu einladen, wenn ihr da eine Meinung dazu habt und wenn ihr da vielleicht auch eine ganz andere Meinung dazu habt, könnt ihr mir gerne an kontakt.alpenacademy.at eure Meinung schreiben. Übrigens auch Morddrohungen seitens der Seilbahnlobby gerne auch an kontakt.alpenacademy.at Das ist jetzt nicht so, als hätte ich sowas noch nie bekommen. Dementsprechend hoffe ich, ihr hattet euch eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus der Podcast-Episode mitnehmen. Wie immer. Freut es mich, wenn ihr auch auf YouTube den Kanal abonniert und dem Video einen Daumen hoch gebt auf YouTube. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.